hier noch mal zum vergleich vermutlich habt ihr euch gewundert, weshalb ihr ein rotes hemd an habt das ist, damit man das blutlich sieht wenn ein Skinner normalerweise eine Verletzung hat, dann hat ihr eine aufregende Geschichte zu erzählen aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was der hier hat was ist dein Problem, Bro? Ihr dachtest sicher, unsere ganze Show besteht aus Idioten, die sich verletzen, ne? Nein, jetzt kommen wir zum informativen Wissensteil der Sendung hier ein tolles Lehrvideo zum Wasserkreislauf an ㅇ Ich war noch nie auf einer deutschen Party, aber alles in allem scheint es genauso zu sein, wie es uns der Iman damals erklärt hat. Als Kind bekommt man dasselbe Phänomäe noch etwas anderes erklärt. Die Meeresoberfläche erwähnt sich, Wasser verdunstet und verwandelt sich in diese kleine Wolken. Aus diesen Feldern wieder Regen, so kommt der als Wasser auf die Alze zurück. Das ist hier das genau das Level-Konzept nur bis in den Händen her. Wasser raus, Wasser rein, Wasser wieder raus, das Bier geht ins Bräuchchen, sowie nach Glas gespuckt, dort ersetzt, man soll sich die Atome, dann tickt man es wieder, dann spuckt man es wieder aus, und diese Folgern wieder holt man dann fünf Stunden. Fertig ist der Alkoholiker. Andererseits kann ich ihn verstehen, mir lässt es manchmal auch keine Ruhe, wenn ich darüber nachdenke, jetzt kommen wir zu einem Amateur. Ganz. Go, go, go. Schwung reicht, Schwung reicht. Schwung reicht, Schwung reicht. Ah, Schwung reicht doch nicht. Ja, das ist die berühmte Schweizer Präzision. Andererseits hat er nicht gesagt, wofür es reicht. Für das coole YouTube-Büder hat es absolut gereicht. Schwung reicht. Der beliebte letzte Worte. Schwung reicht. Schwung reicht. Ja, das war's. Schaut rein auf meine Facebook-Seite und auf die von Comedy Central. Ich meine, das ist wichtiger. Clops findet ja alles guten Werte zur Sendung und zu meinen Live-Shows. Eigentlich wollten wir jetzt noch was Brutales zeigen, aber das wurde zensiert. Deswegen jetzt einfach mal was zur Entspannung.